Weihnachten kommt auch, wenn gerade alles ein bisschen anders ist. Denn Weihnachten ist ein Gefühl. TV Westsachsen und seine Partner verschenken Glücksmomente. Ihr Adventskalender für einen Lichtblick, auch in schweren Zeiten. Viele Grüße aus Grünhain im Erzgebirge. Mein Name ist Matthias Friedrich. Ich bin Geschäftsführer der Friedrich GmbH. Wir sind Hersteller von Heubedampfern und Erdämpfgeräten, der Marke Bega. Und wir haben für Sie heute etwas ganz Besonderes. Nämlich einen Erdämpftopf. Erdämpfen, wofür macht man das? In ihrer Komposterde. Häufig aber auch in gekaufter Erde. Sind Unkrautsamen, aber auch Schädlinge, wie zum Beispiel Trauermückenlarven, enthalten. Und beim Dämpfen wird mit Wasserdampf die Erde auf 80 Grad Celsius erhitzt. Und diese ist somit keimfrei. Übrigens seit Jahrzehnten dämpfen Gärtnereien ihre Erde. Der Dämpftopf hat einen Wert von 184 Euro. Das Zubehör ist unser kleinster Erdämpfer und passt somit wunderbar unter Ihrem Weihnachtsbaum. Wir wünschen Ihnen viel Glück bei der Verlosung und natürlich allen eine gesegnete Weihnachtszeit. Und wir wünschen Ihnen viel Glück bei der Verlustmachszeit. Und wir wünschen Ihnen viel Glück bei der Verlustmachszeit.